Jetzt schießt es aber von hinten, vom Ort aus hinten, wo der Heli gerade ist, zum Wald irgendwo. Ich hab ihn kurz gesehen. Ich hab das dann mal erledigt. Und mich auch. Hab ich dich mit dem Heli-Kopper erledigt? Ja. Der eine im Wald hat noch einen Strehlauch. Ich bin mal klug und da ich nicht ins Auto passe, gehe ich hinter diesen Steinen. Natürlich passt er ins Auto. Wir sind so zu dritt hier. Wieso? Ich würde ja sagen, das mit dem Heli-Kopper war keine Absicht, aber wenn es so schön gezielt war... Ah, hat sich erledigt. Dann schmeiß ich. Saus ist tot, er kann sich freuen. Ich glaub ich hab sie alle. Alle? Alle. Ja, ich bin angesteigt. Toll. Aber wie, was machst du denn immer? Alles macht er kaputt. Alles macht er kaputt. Ja, dann flippen. Hier steht... Vier, people. Vier. 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 Das wird zu viel, glaub ich, oder? So, Steffi, ich bin hier in Deckung. Ich hab's nicht gesehen. Und, was war's? Ich kam zu tief. 200 kam zu tief? 200 an der Unterkante angelegt. Das heißt, ich setze 200 auf'n Turm. Auf'n Turm, ja, Mitte-Turm. Bauna zum Ersten, zum Zweiten. Auch zu tief. Immer noch zu tief. Kacke. Was zur Hölle? Ich war schon weit um die Ecke. Entweder das war ganz böses Splash-Damage, aber dann fragen wir, wie der Wagen da noch steht in die Halle, oder der hat einfach da durchgerotzt. Ja, das... war dann wohl das Auto, wie erwähnt. Wieso lebe ich nur? Egal, mach was draus. Setzt sich nach Paraguay ab. Ja, irgendwo, wo es schön warm ist. Nicht hier Schnee... ... und Eis. Ich wollte da vorne zu dem brennenden Auto. Da wartet auch nur der Tod. Ich wusste doch, hier sind noch zwei BG7-Longer, wie ich es gesagt habe. Ja, das sind jetzt 50 Meter. Jawohl. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Deshalb darf ich auch sagen, das ist ein Panzer. Was ist das jetzt für ein Zeichen? Komm, komm, komm. Ich fahr die Typen nach vorne, dass da gehen wir in die Hangars. Ja, brauche ich dir auf! Dann fahr ich dir auf! Dann fahr ich dir auf! Ich bin mir auf! Ich bin mir auf! Ich bin mir auf! Ich bin mir auf! Ja. Nur du! Schau nach! Ja, sei froh! Und sei wieder Schluss! Ich bin mir auf! Ich stecke die Trifte aus! Ich stecke die Trifte aus! Ich stecke die Trifte aus! Schau nach! Dann warte noch mit dem Tür aufmachen! Aber bei dem anderen, okay! Feuerkirche! Ich habe hier drin alle! Okay, Jan ich dachte wir sitzen noch länger fest! ich hab gesagt im nord ist licht präventivgranaten noch ein hinter mich glaubt das mal gehört er zu uns das hoffe ich noch ein Halt ich würde vorschlagen dass wir uns in den helikopter stellen und die können hier ruhig ihren spaß haben wenn er denn irgendwann mal landet vielleicht ist es der erste der kampfhubschrauber ne doch ganz gut ja das ist das gute am Hein der ist alles ja aber es gibt halt einen der als kampfhubschrauber gedacht ist und zwei die als transport gedacht sind und der erste landet eigentlich das könnten alles drei Heinz sein so lange der pilot jetzt sicher auf die idee kommt um uns besser zu hören den ventilator vorne aus zu machen schießt auf jeden fall auf die drohne der andere Heinz ist aber auch noch da der fliegt neben uns der kann fallen dem scheint es aber nicht so gut zu gehen das geht's nicht gut scheiße ach das reicht ich hoffe der kann autorotation er hat den lüfter ausgemacht damit hat es besser gemacht komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ja das ist ja das ist ja das ist das war knapp ganz knapp oh jano du hast sogar einen abschluss ich habe einen tactical driver ich weiß nicht wie ich das gemacht habe ich habe irgendwie einmal in die Richtung gehalten der Bühne 1 1 7 Vielen Dank.